Beim Malen habe ich oft tolle Ideen. Eine Rakete bauen, zum Mond fliegen und den Menschen was Gutes tun. Ist doch super, oder? Das ist doch der Uli. Und was ist denn das? Mit der hole ich sauberes Wasser vom Mond, wenn ich groß bin. Marie, das ist aber eine tolle Idee. Aber in der Schule lachen mich alle dafür aus. Auch ich hatte mal einen Traum. Und manche haben darüber gelacht. Schau, was aus dem Traum geworden ist. Deshalb musst du für deine Träume kämpfen. Und was ist mit dir? Was ist deine Idee für Bayern 2020? Mach mit auf gemeinsambayernbewegen.de Und du auch!